Dieses Jahr war schwierig. Für uns alle. Vor allem war alles anders. Eine Veränderung so extrem, dass keiner mit ihr rechnen konnte. Und während die dunkelsten Zeiten uns an unsere Grenzen bringen und sogar unsere Realität für immer verändern, so können sie auch die Brücke sein, die uns dahin führt, wo wir sein müssen. Dunkle Zeiten erinnern uns daran, dass es nicht nur darauf ankommt, wie wir unsere Zeit verbringen, sondern vor allen Dingen, mit wem wir sie verbringen. Dunkle Zeiten verändern uns und erschaffen neue Möglichkeiten. Eines Tages blicken wir zurück, denken an die Lektionen, die Herausforderungen, denen wir ausgeliefert waren und erinnern uns auch daran, dass auch nach der dunkelsten Nacht die Sonne wiederkommt. Dieses Jahr haben wir fast 35% mehr Umsatz gemacht. Das war eine Investition in meine Zukunft. Was ich hier gelernt habe, war wirklich absolut genial. Jede Krise bietet ihre Chance. Dafür musst du verkaufen können. Denn was du nicht verkaufst, verkauft jetzt ein anderer. Darum gibt es ab jetzt die Vertriebsoffensive digital. Das neue, volle Zwei-Tages-Event live zu dir nach Hause. Noch intensiver, noch interaktiver als jemals zuvor. Ich mache alles auf und es sind halt wieder immer Gesprächsbuchungen da. Du lernst, wie du jetzt Kunden findest und richtig profitieren kannst. Wie du in dieser Krise dein volles Potenzial entfachst. Wie du digitalisiert verkaufst. Das bringt nicht nach vorne, das bringt das Unternehmen nach vorne. Das war einfach heute so ein Game-Changer. Ja, letztens die Systeme, die du brauchst. Das wird erst mal aufgearbeitet. Habe ich so das Gefühl, ich habe 23 Jahre geschlafen. Sichere dir jetzt dein Ticket für nur 49 Euro. Dein Dirk Kreuter